M-My mama used to put- Oh, he's dick in my asshole. Es sind null Freunde online, man. So, wir können mal beide auf Snapchat gehen und euch angucken, was ich morgen tun werde, wenn der positive Test zurückgekommt. Äh, oh, der negative Test zurückgekommt. Ja, eigentlich ist es egal. Sobald irgendein Testergebnis kommt, wird sich das richtig einverhalten. Vielleicht kannst du das Virus damit töten. Ja, von innen. Wieso hast du zwei in Blanco, älte? Hä, weil... Ja, keine Ahnung, fick dich. Wie lange bist du in Quarantäne? Ja, bis nächsten Freitag. Ach so. Au, scheinbar. Simon, komm, jetzt mach wieder die Sweet Spots. Actually, good spot. Na, actually kann man da ziemlich gut nur Granate reinwerfen. Mein Name ist Ogunduhunduhunduhunduhunduh. Ja, fühle ich, ne? Ey, ähm, Johnny, wenn ich ähm, gestern Stokes gehört habe, dann habe ich gehört, dass du dir heute jetzt Good Kid Made City anhörst. Äh, ja, vielleicht... Ich hab, ich hab ja meine Playlist sortiert, ich hab jetzt die... Oh, fick dich, Digga, die Orange ist so ein Bastard, geh auf! Sesam, öffne dich. Oh, mach ich da hin, oder? Aua, Junge, was ist da orange los? Eigentlich fand's gut. Oh, ich fang... Oh, hey, nein, 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 nein. Ist doch frech. Doch. Fick dich, Jonathan. Ey, yo, du hast mir gerade voll die Mine in die Fresse gegangen. Ja, schieß doch deinen eigenen Typen ab, da rechts. Der steht direkt unter der Wand. Viel schlauer. ARSCHLOCH! Digga, die Worms Creator sind auch so dermaßen heroinabhängig, das ist heftig. Simon schießt deinen eigenen Typen ab. Okay. Ja, und du weißt, dass du rot bist, ne? Oh, ich weiß nicht, ich weiß vor allem nicht mehr, wie ich schieße. Bruh, wie schieße ich? Simon, du schießt gerade auf deinen eigenen Typen, ne? Oh, oh nein, Headache. Wir müssen mal Simon fertig machen, warum? Hä? Der hat sich... Der hat noch gar keinen Hit bekommen. Der hat sich nur einmal selbst ein bisschen runtergestürzt. Guck mal, Johnny, hast du das? So, jetzt habe ich einen Hit bekommen. Ja, come on. Du bist nicht gerade selbst geschlagen. Ja. Warum? Fuck. Die ersten Symptome, Alter. Boah, ich habe gerade einfach so eine ganze Orangenspalte falsch verschluckt, Alter. Empfehlenswerte Experience. John in the water. Oh, damn. Der ist geflogen. Ach, nehmt ihr gerade ein Video auf? Ja? Nein. Oh. Neid dich einfach raus, Susanna. Alles was du sagst. Ja, ich wollte gerade sagen, steil dich mal bitte raus. Oh, fick dich. Und sag einfach mal nichts. Halt einfach dein Maulpip. Halt einfach den Fress jetzt. Ja, Susanna, das wird ja nicht gegen dich verwendet, außer du fangst irgendwann einen Beruf an und sie müssen neidisch und will ich aus der Position rauslocken. Was? Damn, das war ne richtig cleane Granate, Alter. Was ist denn los? Johnny, du bist auch einfach ne Granate. Der hätte näher dran sein können. Er hätte mehr Damage machen können auf jeden Fall. Ey, Baby. Ich will deinen Micro-Penis in mir spielen. Ey, Leute, wenn ich, wenn ich, Simon, Simon, wenn ich ein Lied gut genug nachsinge, ähm, meinst du, meinst du, dass es ein Copy-Strike wird? Los, mach mal. Sweet Home Alabama! Okay. Meinst du, dass er jetzt... Jo, wenn das jetzt weg wird... Ich glaub, der Snippet ist noch nicht lang genug, du musst noch weiter singen. Ne, fuck off, Alter. Damit der Algorithmus das findet. Ah, ah. Du willst mich einfach bloßstellen, das find ich nicht gut, Simon. Herr Waff, süße Heimat von Alabama. Oh, das reicht's ja auch. Prostituierte, Prostituierte, töte nicht meine Vibrationen. Bra, Drake hat einfach sein Album verschoben. Oh nein. Ich muss alles zugeben, ich bin actually kein Drake-Fan, Alter. Ja, dann hast du halt die falschen Lieder von ihm gehört. Guck mal, Love No Cry Later, mochtest du das? Das, was wir in Amsterdam gehört haben? Ich glaub, irgendwann war das nicht Stockholm-Syndrom-mäßig. Ne, das war nicht Stockholm, ich find das immer noch geil. So gut ist das Lied. Welches Lied ist denn das? Hä? Ich weiß nicht. Baby. Ah, okay. Ja doch, ich weiß nicht. Ich fand das jetzt nicht schlecht, aber irgendwann gibt's ja schon ein Brausack. Ja, du bist halt einfach ein fucking Hurensohn. Ja. Taste this grenade, you nutter. Alter. Auch. Digga, was habt ihr für geniale Granaten diese Runde, Alter? Wir sind einfach beides geniale Granaten. Oh. 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 Ja, stark. Nice. Bro, ich werd grad ein bisschen von euch gefickt. Hä? 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 Bei mir aufhören. Wie ich jetzt auch. Hier reicht mich hier grad so ein bisschen rum. Ja, weißt du. Ja, du hast dich halt irgendwo in alle Kriegsgebiete ein bisschen eingemischt, so. Boop, 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 boop Fick dich Hoja Ohja Ey, come on, Simon Aber ich glaub, die trefft nicht Jetzt tu dich so, als würde das Geräusch nicht gefallen Ja, Junge Fair Rupuuu, Alter Nein, die Gun, die, ich dachte die Baby Gun, Alter Kick mich nicht runter Simon, das ist das Problem Johnny, wenn du mich jetzt runterkickst, du weißt, was die Folgen sind, ne? Ich mach's gentle, ich schwör Simon, shake your booty Ey, weißt du, wie man in diesen Situationen kommen kann, Simon? Weißt du, wie man in diesen Situationen kommen kann, Simon? Und einfach Presseluft haben wir nur drunnen Ne Ne Simon macht Kamikaze Hahaha ´ Fuck Deine, bei le入-, beitmeimp Stefan Nee pessoa Eine umgebr Bishop Nöööööööö Ich stehe auf ganz Genozidbegange! An meinem eigenen Volk Ich hab den voll Pott gemacht, Alter. Jetzt setzt ihm noch so einen hin, Alter. Fuck, Alter. Ich glaub, sie hat sich ja die kreuesten Bedrohung. Ich glaub auch, das hat er sich selbst gerade gelöst. Das war alles Teil meines Plans, um euch gegenseitig auszuspielen. Ja, cool. Nice. Fuck. Ohne drei Würmer verloren. Vier. Ne, warte, drei. Drei. Lory, mach noch vier draus. Fuck. Ja, oder mach halt nicht. Würfe auf Simon. Ja, würfe bitte auf mich. Ah, das trifft, komm. Mach Johnny. Johnny, du schaffst das. Clean. Clean Johnny. Schick deine Eltern. LOL. Alter, wenn da unten... Der ist so geil, Flipper da durchgeflogen, Alter. Ja. Habt ihr glaubt gesehen, was ich für ein fucking Jedi-Move gemacht hab? Jedi. Eat this. Ja. So viel zu. Nicht zum was. Bro. Oh, my God. Okay. Oh, oh, Jakob. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao ciao. Ja, Simon, wir sind beide ein bisschen am Arsch. Wollen wir vielleicht Johnny umbringen? Wollen wir vielleicht, ja, wollte ich auch gerade sagen. Koalition. Was heißt, die kleine Koalition? Ja. Guck mal, du kannst... Am besten swingst du da hin und dann swingst du runter und stellt sich neben ihn. Dann kannst du ihn auch sogar stupsen. Da muss ich mir runterfliegen. Da hat's dann auf Wurz bestellt, Alter. Boop. Clean. This bitch plodding against us. This bitch plodding against us. Bitch ass. Harambee. Oh fuck. Ja, ich sterb trotzdem, glaub ich. Äh, Simon, mach mal Bobby B auf den Harambee. Harambee. Du müsstest mit mehreren Steps da hochkommen. Nimm doch das Jetpack, du hast ja noch ein Jetpack, oder? Ja, das bin ich, das bin zu lappig. Oh Gott, oh Gott. Was machst du gerade, wenn du dir deine Beine brechen? Welche Beine, du Nudde? Was ist denn dein Ziel gerade? Ja, Cima, lass mich mal machen. Yeah, sei, schau. Simon, lass mich mal machen, lass mich mal machen, lass mich mal machen. Weil Simon ist echt keine Gefahr. Fuck, Alter, du bist so dermaßen retarded. Ja, mach mal. Bro, bitte töte mich da nicht, Johnny. Du bist so dermaßen retarded, Simon, bitte. Ja, du bist doch wirklich retarded. Ich hab Parkinson, okay, das ist eine Ausrede. Bro, please don't kill me, Alter. Nimm einfach die Dinger, nimm die Crates, verpiss dich. Ja, ja, das war das Ziel. Ja, guck, komm runter. Wobei nicht, ich war, du bist mir da auch zu gefährlich. Okay. Told you so, Rennen. Ja, geil. Ja. Cool, ist auch. Welch Kompromissbereitschaft. Schon. Toll. Du kannst dich ja irgendwo anders hin teleportieren, wo mir weniger pain in the ass bist. Oh, hier jetzt nach Stille im Raum, weil jetzt ist der MVP wieder da, ne? Oh, nein. Was ist, was ist denn für ein Seil, wie da wugelst du mir in den Himmel, Alter? Ja, chill mal, Dinger. Lass mich mal machen. Lass mich mal machen. Ich will nicht filmen. Ich will nicht filmen. Ich will nicht filmen, Alter. Ja, ist okay. Du fliegst dir, Alter. Nein, ich werde nicht sterben. Hä? Ich will mich an diesem Stein hier feststellen. Nein. Du kannst dich doch abseilen in der Luft, dann fliegst du. So wie Torzahn. Bist du behindert, Alter? Hast du jetzt legit schon seit 80 Sekunden? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ja, dann lass mich doch rein, Mann. Bist du behindert? Okay, du meinst es hier. Ja, lass einfach los. Nein, nein, nein. Ja, Gott sei Dank, Alter. Hey, wie geil. Ich fände dich da einfach weiter auf einmal glücklich. Digger, du bist so anders, man. Alter, crazy. Fuck, Digger. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Simon Annihilation. Obwohl, mach ich nicht weg, der macht sich selber weg. Das ist eigentlich fast geiler. Ja, aber das war ein bisschen knapp, wenn ich ehrlich bin. War ziemlich knapp. Das war böse. Bring mal nach links. Doch, mach ich jetzt beide. Nee. Das ist doch langweilig. Und ich f*** mich aber selber mit. Ich wollte Kamikaze sehen. Ich wollte Kamikaze sehen. Ehre. Ich habe überlebt. Noll. Nee, war mal ein. Ich habe überlebt, Alter. Oh, bra. Ehre. Ehre. Nicht bewegen, nicht bewegen. Hello, I live. Ey, du kannst mit einem Sau-Gut- Simon. Simon. Nein. Nee. Nee. Ah, Junge. Ich will mich ins Wasser festen. Waterfest. Waterbanana. Nee. Boah, Alter. Die Gaben, als ob ich dich durch das Loch gefetzt habe. Die Runde war scheiße. Die war echt ziemlich scheiße. Also, erster Grund, warum es scheiße war, ist, wenn Johnny gewonnen hat mit zwei Würmern. Das kann halt erstmal nicht passieren. Meister erledigte Wohnfreunde. Trotzdem hat Simon den meisten Freunden schon. Die ist geil. Boah. Boah. Alter, ich hoffe, man sucht sich wieder die richtigen Sweet Spots aus. Er fängt sich. Ey, ich sehe keine Würmer. Ja, du setzt sie jetzt auch. Nice, Johnny. Ah, what? Hä? Ey, ich habe versucht den Chat. Mann, ey, Alter. Das ist doch geil. Können wir mal nicht mich bumsen? Ich bin Opfer eines Computerbugs gewesen, okay? Ja, fick dich. Du hättest ja nicht da hinklicken müssen. Ich bumse nicht sowas von. Ich würde mich noch einmal umdrehen und dann schießen. Wait, das ist der Janne. Nein, schieß nicht auf mich. Ey, das bin ich. Das ist Johnny. Ja, aber Johnny schießt auf Janne. Ey, nee, schieß dich auf mich. Junge, schießt auf, schießt auf. Keine Ahnung. Fiegt dich mal auf. Human trafficking. Nein, Alter, ich bin da. Nein. Friedlich. Junge, du nutzt das. Oh, das hat er jetzt clean gemacht. Er war clean. Der geht's zwei. Oh, ich bin noch auf die nächste. Das war sauclean. Holy shit. Nutten. Der ist ja komplett down. Ja, ist ja. Safe. Irgendwie, wie wir uns angucken. Ich weiß nicht, ich glaube nicht ganz. Nein, nein, nicht mal. Aber der war richtig geil. Ich glaube, der war richtig geil. Johnny, dafür kriegst du jetzt so eine Nackenschelle einfach. Gar viel kriege ich einen gesammelt dafür. Ich würde sagen, zwei Sekunden, drei Sekunden und Hälfte aufladen. Oder noch ein bisschen weniger als Hälfte eigentlich. Nee, nicht zwei Sekunden, drei Sekunden. Ich hoffe, dass die Terminen runterfliegen zu mir. Simon, warum bist du so ein Kumpelsohn, Alter? Der ist mal Simon gelandet. Die Granate. Sie wurde zu dir rübergeflogen. Die Mine. Die Mine. Hast du da noch ein Kumpelsohn für dir? Das kann doch nicht wahr sein. Warum habe ich immer solche Scheißrunden, Alter? Play of the Game. Alter, die stehen aber auch echt süß. Ja, komm. Ja, fick dich ins Knie. Ich habe den Zug richtig gefühlt, Alter. Boah, die anderen sind alle scheiße. Boah, die Wände unten. Das ist eine böse Position. Boah, diese Runde ist schon wieder so scheiße einfach. Ah, jetzt bin ich ja dran. Jetzt kann es nur besser werden. Was wird wieder in die Hände gespürt? Schau dir den Game da hinten von der Klippe, Simon. So schöne Holy-Reinwerfung bei Jakob. Ah, nee, ich bin doch gelb, ne? Ja, fick dich, Simon. Gott, mach mal, Mensch, mal, ne? Ja, ja. Junge! Ey, Junge, wer ist denn das? Das ist das Wodka-O, Simon. Simon, Junge. Fick dich. Oh, fuck. Was ist das? Junge, als ob Wodka-O so ein Nuttel ist. Oh, da stehen Janis zusammen. Das war aber auch schick. Hauptsache, der von Jakob ist nicht dran. Eins, ob der dran ist. Was ist das denn für eine Frechheit? Ich fick dich jetzt. Fick dich. Ja. Oh. Oh. Hab ich aber nichts. Aber actually pretty terrible. Davon. Von dem Wurmtausch. Äh, nur noch zwei. Ich glaube, das ist fair. Ja, das ist besser. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ist ein Esel gekauft? Gerade was verkackt. Fuck! Bruh, ich hab mir Sachen gekauft und ich kann die noch nicht einsetzen. Ey, die zwei von Simon würden mich an deiner Stelle echt anlächeln. Oh, du bist so ein Scheiß-Wichser, Janne. Schön in die... ...in die Pit. Janne, wenn ich dich öffentlich kastrieren könnte, dann würde ich's machen. Kann ich eigentlich auch beide schlagen? Ich probier's mal. Ich glaube, es geht nicht. Aber probier's. Du musst noch näher ran, sonst triffst du nur den ersten. Ja? Probier mal. Du kannst dich halt auch einfach beide mit einer Dynamitstange runterzummern. Nee. Oh! Loll! Digga, was? Digga, was? War geil. Ultra-game-endet. So gegame-endet, Alter. Du bist immer auch so schürzig, Röst. Junge, ey, wieso hat denn eigentlich Johnny noch keinen einzigen Schlag ins Maul gekriegt? Ey, ich hab am Anfang Schlag ins Maul gekriegt. Deine Mama, Alter! Du gewinnst halt jedes Match. Deine Mama hat dann am Anfang Schlag ins Maul gekriegt. Du kannst ja auch durchbohren zu Janne. Falsche Richtung, Jonathan. Jonathan, Jonathan. Bruder, wieso hast du dir vorher nicht die drei Goldstücke da links geholt? Bist du geistig behindert? Weiß ich auch nicht. Ich... ich hab es behindert. Weil, wenn das jetzt hier läuft, wie ich das plane, ich das eh für mich hab. So, gerade richtig House of Card-Line, Alter. Yippie! Ah, schade. Jawoll! Zeit, mal wieder ein bisschen Weltgeschichte zu schreiben, ne, Freunde? Ja. Springen wir sie nicht. Wohl! Habt ihr das gesehen? Willst du, willst du ernsthaft Phantacorn wegmachen? Nein. Boah, Mann. Peace. Ja. Trink mal der Tosse jetzt, Simon. Simon, aber nicht vergessen, von da weg zu laufen, ne? Das ist halt so ein endloser Zyklus, Alter. Ach, fick dich. Mach mal nicht Simon weg, mach mal nicht Simon weg. Oh, oh, pass auf, pass auf, pass auf. Jakob! Oh, nein! Lol, easy. Easy play. What? Alter, Janne, Jackie Kohler hat halt richtig Spaß. Ein Stack. Ein Werfie. Haben wir noch nicht. Aber ne Holy ist halt auch was. Ja, oder ne normale Granate. Die killt die alle. Ne normale Granate? Meine beiden sterben durch die Granate an sich schon und dann explodieren die ja noch jeweils. Der eine Typ hat 139. Ne, der hat 39. Nein, der hat 139. Schaff ich das, wenn ich da einfach rüberlaufe noch die... Fuck, der hat 139. Mach mal nicht, Janne. Geh mal wieder anders. Ja gut, der von Jakob schüttelt jetzt nicht, aber... Fuck your dog, aber der kann jetzt Garfield unten wieder auf den Sack gehen. Mashallah, einfach gestorben. Der Jogo stimmt auch nicht. Bah, Juan lebt immer noch. Fucking Missgeburt. Boah, ich hasse es. Boah, das ist aber... Bro, das kann doch nicht wahr sein. Nach einer Sekunde. Fuse Time. Ich weiß, dass die an diesem einen Pixel noch hängen sind. Ich bleibe da so hängen und... Ja, du wirst ja direkt wegspringen, Simon. Simon, Simon, fliegt so in die Lobby. Das bleibt, glaube ich, echt hängen. Fuck. Ne, probier es, Simon. Wird schon kurz. Ja, wenn, dann ist das halt ein legendärer Abgang auch einfach, ne? Ja. Du wirst ja schon wegspringen, da hat er recht. Ja, easy, easy. Easy. Richtig gut, Alter. Aber da fing ich auch auf halb neun. Solide. Ja. Wow. 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 Spring aber nach vorne und mach dann das so, ey. In der Luft. Bro, diese Zeit wieder, ey. Jakob, liest du lieber die Braunschweiger Zeitung? Was? Hättest du mal die Fresse? Ja, weil du grad gesagt hast, brah, die Zeit schon wieder. Boah. Oh Gott. Ja, nee, funke mich. Junge, manchmal bist du ein richtiger Hurensohn. Jo, habt ihr auch alle nen Beton, Esel? Wait, what? Deswegen hab ich das Pack ja gemacht. Junge, ich werd jetzt richtig Mayhem regnen lassen. Hier im Dästchen. Hä? Du retard, Alter. Wieso? Damit mach ich jetzt dein 150er auch noch weg. Ja, ich bin halt tot. Wo die ist. Ja, sorry. What? Als ob Monkey das überlebt hat. Natürlich. Das ist einfach nur mich umgebracht jetzt. Aber so richtig dumm auch noch. Aber ich bin nicht der erste, der gestorben ist jetzt. Herzlichen Glückwunsch. War so clean, Alter. Holy shit. Nice. Oh no, Simon ist nicht draufgegangen. Gib mir eine Chance, Johnny. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, aber das geht. Ja. Oh fuck. Ehre. Oh, Janne gefickt. Ehre. Als ob Simon das einfach gebetet hat. Wie hab ich noch damage bekommen? Für absolute Frechheit, Alter. Ja, ne? Ich würde sagen, zweiter Platz, Boys. Easy. Ich halte mal noch drei Würmer. Das ist so unfair. Hör mal auf, der jetzt auf, ne? Auf. Ja, mach ich. Okay. Leute, es war mir eine Ehre. Als ob, Alter. Ne, 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 ne. Na langweilig. What? Nice, Simon. Wir sind so stolz auf dich. Ehrenwerteabgang, Simon. Wir sind so fucking scheiße alle, Alter. Ich bin halt auf dem zweiten Platz, ne? Kann ich nur noch mal kurz sagen. Ja, immerhin auf dem Klöppchen.